Beim Lokationsvertrag schwebt es vorbei, a Dürre déterminé, a Dürre indeterminé. Wat muss in die Storen auf ihr stellen? Ja, das ist effektiv ein fundamentaler Unterschied, und du hast doch gut zu wissen, den Unterschied zwischen den Spitzenmann. Der Dürre déterminé, ein oder drei Uhr, oder allein an die Läden im Vertrag festgehalten, als für genau die Periode nachschrieben. Der Lokataire kann den Vertrag auch nicht führen, dieser Zeit kündigen, ohne Akkord vom Proprietär. Jeder Vertrag dann auflebt, als dann nach der Prairie anzuhalten für die Kündigung, das können drei oder sechs Metern. Der Lokataire muss also bei einem Beier a Dürre déterminé bis zum Ende vom Delay dranbleiben. Ja, ganz genau. Wenn zum Beispiel der Kontrakt alle im EU auch verlängert wird, und das ist am 31. Dezember, dann ist das, dass man auch schüßt Kündigung für den 31. Dezember minus den Delay von einem oder drei Metern. Per Kanto beim Kontraire a Dürre indeterminé gibt es für die Nummer 10 keine Dürre. Du gehst jetzt schüßt in den Delay der Prairie. Der Kontrakt kann zu allen Momenten gekündigt werden, natürlich mit dem Respekt von der Prairie. Das ist schon wichtig, ich halte sie zu informieren, weil ein Fehler, der kann einem da ja zu stuhe kommen, auch ein Agent in Höhe, der ist gerne dabei, für die verschiedenen Formen erklärt zu können. Auf weitere Informationen fand er auf www.l.au dem Portai von den Immobilien-Experten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.